Meine Damen und Herren, kommen wir zum Ernst der Sache. Ich rufe Tagesordnungspunkt 41 auf. Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Bekämpfung der Internetkriminalität, Drucksache 20630. Das Wort hat der Kollege Müller, Landil, CDU. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, mit dem Antrag der Regierungsfraktionen unter dem Titel Bekämpfung der Internetkriminalität wollen wir auf die ausgesprochen erfolgreiche Arbeit und die hieraus resultierenden Erfolge der hessischen Justiz bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität verweisen und die erfolgreiche Bekämpfung dieser Kriminalität eben weiter verbessern. Die Welt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, hat sich in den letzten Jahrzehnten unfassbar verändert. Möglichkeiten der Kommunikation, der wirtschaftlichen Betätigung, eben das Netz, Entwicklungen, die eigentlich ebenso unvorstellbar waren wie eine Koalition der so grundsatzfesten Parteien CDU und GRÜNE. Aber unvorstellbar war es, es ist eben jetzt anders. Wer hätte vor wenigen Jahren an die neuen Möglichkeiten der veränderten Erscheinung von Kriminalität, der weltweiten Tatbegehungsmöglichkeiten, der beliebigen Verlagerung von Begehungsorten und der vielfältigen Möglichkeiten, Tatergebnisse Dritten zugänglich zu machen und vor allem nutzbar zu machen gedacht, ebenso unvorstellbar, aber ebenso real. Das Netz bestimmt zwischenzeitlich in unfassbar umfänglicher Weise unser Leben und unser Zusammenleben. Das Netz bietet eine neue Freiheit, neue Möglichkeiten, neues Wissen. Freiheit, die genutzt, die aber auch missbraucht werden kann. Wir bemühen uns hier in unserem schönen und so vielfältigen Hessen, Freiheit zu bewahren. Wir wollen aber auch schützen vor denjenigen, die diese Freiheit missbrauchen. Die Möglichkeiten der Cyberkriminalität erscheinen nahezu grenzenlos. Angriffe durch Cyberkriminelle bedrohen Staat, Wirtschaft und die Gesellschaft. Den sich ständig ändernden neuen digitalen Gegebenheiten stellen wir uns erfolgreich entgegen. Für uns ist sehr deutlich, dass Kriminalität im Netz ihre Verfolgung mehr als üblich auch in die Freiheit der Nutzer eingreifen kann. Ja, sie beschränkt und infolgedessen unsere Gesellschaft und ihre Funktionsweise besonders intensiv beeinflussen kann und eben auch beeinflusst. Gerade deshalb war und ist es richtig gewesen, eine digitale Strategie für die hessische Justiz zu entwickeln und bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität auf fachliche Konzentration zu setzen. Recht hat, und ich denke, das müssen wir uns immer vor Augen halten, zu schützen, Freiheit zu garantieren, aber eben auch Missbrauch abzuwehren oder um mit Tucholsky zu sprechen. Recht kann man nur in bedrohten Lagen erkennen. Wenn es da nicht gilt, taugt es nichts. Im Alltag, wo es um nichts geht, kann jeder Rechtsbewahrer sein. Hessen hat genau deshalb bereits vor annähernd einem Jahrzehnt die Bedrohung des Cybercrime eingeschätzt und dessen Bedeutung mehr als erkannt. Folge war die Einrichtung der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ZIT. Unter Leitung der Generalstaatsanwaltschaft werden in Gießen in dieser besonderen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsunit die Verfahren aus dem Bereich des Cybercrime konzentriert bearbeitet. Die Deliktsarten sind dabei so unterschiedlich wie die im Netz entwickelten unterschiedlichen Straftaten und deren Begehungsarten. Klassisch sind die Schädigungen der Netzvorgänge selbst, Eindringen, Netzwerke, Schadsoftware, Spionage. Hinzu kommt die kriminelle Schattenwirtschaft, vor allem mit dem Handel von illegalen Gütern aller Art, Drogen, Waffen, Falschgeld, Daten. Die ekelerregendste und traurigerweise mengengenutzte Form der Kriminalität, der Kindesmissbrauch in geradezu industrialisierter Form. Dies zwang und zwingt zur Anpassung auch der Ermittlungsbehörden an Begehungsformen und Arten, um erfolgreich nicht nur zu ermitteln, sondern vor allem auch zu sanktionieren. ZIT ist dabei von dem ausgesprochen hohen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt. Mitarbeiter, die sich dabei durchaus fordernden Unterstützung des Justizministeriums sicher sein dürfen. Neben dem Engagement ist jedoch der wesentliche Erfolgsfaktor die ausgesprochen umfangreiche und erfolgreiche Zusammenarbeit von ZIT mit BKA, Landeskriminalämtern, Landeskriminalamt in Hessen, Zollkriminalamt und vor allem internationalen Behörden und Ermittlungseinrichtungen Europol, Eurojust und dem FBI. Dabei sind die dort gewonnenen Erfahrungen in der Zusammenarbeit in der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten nutzbringend und führen zu ausgesprochen wichtigen Ermittlungserfolgen im Bereich der Cyberkriminalität. Nur ein paar Beispiele. Die weltweit zweitgrößte kriminelle Handelsplattform Wall Street Market, auf der Drogen ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware im Darknet gehandelt wurden, konnte ausermittelt, Handelnde verhaftet und die Plattform vom Netz genommen werden. Dies mit Hilfe US-amerikanischer und niederländischer Ermittler, ein toller Erfolg, der zur Stilllegung dieser Handelsplattform und zahlreichen Verhaftungen und zwischenzeitlich auch Verurteilen geführt hat. Der schwere und schwerste Missbrauch von Kindern hat durch das Netz eine widerliche Größe erreicht. Auch hier zeigt sich, dass der Ansatz des ZIT Erfolg hat und für die Zukunft ausgerichtet ist. Das kinderpornografische Netzwerk Elysium wurde aufgespürt, die Handelnde ermittelt und die Plattform abgeschaltet. Über 110.000 Nutzer haben sich in dieser Plattform getummelt und sich an diesen Verbrechen beteiligt. In Deutschland und Österreich erfolgten zahllose Verhaftungen und zwischenzeitlich die Ausurteilung von langen Haftstrafen. Ohne ZIT hätte dies so erfolgreich nicht erfolgen können. Erinnern wir uns an den durch die deutsche Presse gegangenen Fall des neunjährigen kleinen Jungen, der von seinen Eltern angeboten wurde, in geradezu extremer perverser Art. Hier wurde extrem professionell und mit unwahrscheinlichem Einsatz der beteiligten Beamten in kürzester Zeit aufgeklärt. Es lagen nur Tage zwischen Angebot und Ermittlungserfolg. Langjährige Haftstrafen erfolgten inzwischen. Das Wichtigste, das Martyrium des Kindes, wurde beendet. ZIT hat sich dem Waffenhandel zugewandt, den Tannenbetrügereien, Erpressung, Menschenhandel, Menschenraub und kommt regelmäßig zu ausgesprochen erfolgreichen Ermittlungsergebnissen. Das sind einige Beispiele, die jedoch überdeutlich machen, dass der Weg dieser Ermittlungen genau der richtige ist. Konsequente Ermittlungsarbeit steht jedoch das Bedürfnis unserer hessischen Bürgerinnen und Bürger nach Beachtung ihrer Freiheitsrechte gegenüber. Kein Ermittlungsübermaß, aber das Bewusstsein, dass konsequente Ermittlungsarbeit eben auch die Freiheit schützt und sichert, ist erforderlich. Ich denke, dies hat der große jüdische Vordenker Viktor Frankl so treffend ausgeführt. Freiheit droht in Willkür auszuarten, sofern sie nicht in Verantwortlichkeit gelebt wird. Deshalb werden wir die Regierungskoalition handeln, dem Täter nicht wirklich frei in seinem Netz handeln zu lassen. Wir schützen die Freiheit der Hessinnen und Hessen und beachten eben genau ihre Freiheit. Wir wollen kein System permanenter Überwachung und Beschränkung. Diejenigen, die auf Recht und Gesetz, eben auf die Wahrung der Freiheit vertrauen, müssen eben auf das vertrauen dürfen. Wir wollen aber auch, dass derjenige, der Netz und neue Medien zur Begehung von Straftaten missbraucht, weiß, dass ihn die hessische Justiz ermittelt, verfolgt und einem rechtsstaatlichen Strafverfahren überantwortet. Hier machen wir alle eine ganz klare unmissverständliche Ansage. Kein Kinderschänder, kein Menschenhändler, kein Betrüger und auch kein Händler vor Drogen und Waffen darf im Netz sicher vor Strafverfolgung sein. Das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gilt mit ZIT in Hessen ganz besonders. Wir haben mit ZIT ein erfolgreiches Mittel, diesen Straftätern auf die Schliche zu kommen und sie einer gerichten Strafe zuzuführen. Wir wissen, wir brauchen dazu in Zukunft mehr als das, was wir haben, an Personal und auch an Sachmitteln. Es ist prima, so finde ich jedenfalls, dass ZIT einer dauerhaften personellen Verstärkung unterliegt. Das muss und wird auch so weitergehen. Wir finden es gut und betonen es ausdrücklich, dass die Landesregierung die neuen Formen der Kriminalitätsausübung nicht nur beobachtet, sondern mit aktiven Veränderungen und Vorschlägen zur Anpassung von Strafvorschriften reagiert. Wir finden es gut und begrüßen es ausdrücklich, dass die hessische Justizministerin insbesondere Strafbarkeitslücken im Bereich des Internets und des digitalen Raumes analysiert, bewertet und Initiativen ergreift. Digitaler Hausfriedensbruch und Cybergrooming müssen deshalb auch strafbar sein, damit der Einzelne im Netz Freiheit und Unabhängigkeit genießen kann. Dies zeigt überdeutlich, die Landesregierung lebt das Motto ihrer Zusammenarbeit. Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und eben Zusammenhalt. Für den Geschäftsbereich des Staatsministers der Justiz gilt dies in besonderer Weise. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. – Das Wort hat Frau Abg. Schardt-Sauer, FDP-Fraktion, der Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen! Ich denke, das war der Elan der Regierungsrede. Herr Kollege, noch haben wir eine Staatsministerin im Bereich der Justiz, also Frau Kühne-Hörmann, und keinen Staatsminister in dem Bereich. Aber ich sehe davon aus, dass die Lobenergie, die aus Ihnen herauskam, bei dem Thema Bekämpfung der Internetkriminalität, damit setzt sich Ihr Antrag ja auseinander. Wir Freie Demokraten setzen uns ebenfalls vehement gegen Kriminalität jeglicher Art, auch der im Internet ein, und unterstützen natürlich die Bekämpfung derselben. Bei diesem Antrag aber, werte Kollegen, handelt es sich erneut um einen solchen ohne Substanz, der lediglich dafür gedacht ist, um sich einmal wieder selbst zu loben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Auch wir Freie Demokraten, um an diesen Kanon heute Morgen einzufallen, begrüßen die Arbeit der hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der ZIT. Gerade bei der Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet sowie der Identifizierung von sogenannten Darknet-Plattformen wird durch die ZIT wertvolle Arbeit geleistet und Straftaten aufgeklärt. Sie leistet damit einen immens wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Bevölkerung. Werte Kollegen, wir freuen uns ganz ausgesprochen über das Lob der schwarz-grünen Landesregierung. Das permanente Lob ist ein kluger Aspekt dieses Antrags. Das Lob gilt einem wichtigen Fundament bei der Bekämpfung der Internetkriminalität der ZIT. Doch, werte Kollegen, so viel Zeit muss sein, weil so viel Redezeit. Wer hat das Fundament gelegt? Ja, nicht nur zeigen, sondern sagen. Die ZIT wurde im Jahr 2010 durch den hessischen Justizminister Dr. Jörg-Uwe Hahn von der FDP eingeführt. Das gehört zur Vollständigkeit. Deshalb begrüßen wir natürlich den Fortbestand sowie die sehr ausführlich dargestellten Ermittlungserfolge der ZIT. Ebenso begrüßen wir die personelle Verstärkung für die Bekämpfung der Internetkriminalität. Die wachsende Zahl der Fälle in diesem Bereich stellt eine enorme Herausforderung dar. Er fordert auch das Vorgehen. Lob für das Fundament, Selbstverständlichkeiten, das war es schon an Substanz im Antrag. Es wählt an Lösungen fundierten Antworten auf neue Herausforderungen, sehr schnelllebige technische Herausforderungen. Im Gegenteil. Die Landesregierung handelt beim Thema Internetkriminalität leider oft nicht sachorientiert, sondern eher populistisch. So forderte Justizministerin Kühne-Hermann jüngst, dass Ermittler reale Missbrauchsbilder von Kindern im Darknet stellen dürften, um bei dem Verdacht auf Kinderpornografie der Täter habhaft zu werden. Völlig ausreichend ist es, computergeneriertes Bildmaterial einzusetzen, um einen solchen Zugang zu diesen Bereichen des Darknet mit all seinen technischen Herausforderungen zu bekommen und der Täter habhaft zu werden. Ich will das nur als ein Beispiel genannt haben, wie vielfältig und herausfordernd in diesem Themenbereich Antworten sind. Einerseits durch die technische Schnelllebigkeit, die leider sehr innovative kriminelle Energie, dass es dort sehr schwierig und manchmal geradezu gefährlich ist, zu schnelle Antworten zu liefern. Lassen Sie mich noch auf eine große Herausforderung, das Thema Hasskriminalität im Internet eingehen. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus, Homotransphobie, Behindertenfeindlichkeit, die vielfältigste Diskriminierung erfahren Internetnutzer wieder und wieder und zunehmend. Strafrechtliche Handlungen in Form von Hatespeech, wie der Ausdruck lautet, im Internet sind in Hessen leider wie überall ein alltägliches Problem und bedrohen. Da wird es sehr schwierig, die Meinungsfreiheit im Internet, die Meinungsfreiheit von uns allen. Die Aufgabe der Politik ist es, diese Meinungsfreiheit in sozialen Medien und im Internet allgemein sicherzustellen. Darüber hinaus muss für Betroffene von strafrechtlich nicht relevantem Handeln ein Ansprechpartner vorhanden sein. Es muss mehr gegen Hasskriminalität außer Ankündigungen kommen. Ein Drittel der Hessen gibt laut einer Studie der NGO-Organisation Compact an, schon einmal im Internet beleidigt oder bedroht worden zu sein. Umgekehrt gab es aber in den letzten Jahren durchschnittlich gerade einmal 200 Anzeigen im Jahr, von denen auch nur wiederum ein Bruchteil in einer Verurteilung endete. Das zeigt, dass etwas nicht stimmt. Die Landesregierung muss das Thema Hassreden im Internet zu einer Priorität machen. Es muss konsequenter dagegen vorgegangen werden und strafrechtlich relevante Handlungen wie Bedrohungen oder Beleidigungen konsequent geahndet werden. Konfrontation im Internet, wir kennen es doch auch im Bereich des politischen Diskurses, wenn wir es so formulieren, führt oft dazu, dass Menschen sich dann eben nicht mehr an Diskussionen in sozialen Netzwerken beteiligen. Dadurch wird die Meinungsfreiheit des Einzelnen ein Kernelement unserer Demokratie, unseres Grundgesetzes, dessen Geburtstag wir heute Abend sozusagen einläuten. Die Meinungsvielfalt selbst in diesem Land wird bedroht. Die Landesregierung muss hier klar Flagge zeigen. Es ist höchste Zeit, einzuschreiten. Denn in einem Rechtsstaat muss die Ausübung aller Grundrechte gewährleistet sein, auch die des elementaren Rechts der Meinungsfreiheit. Auch das wird wieder eine Herausforderung sein. Denn es wird natürlich keine Lösung sein. Das Beispiel wäre zu einfach, das eine zu verbieten, weil es wieder darum die Meinungsfreiheit des anderen tangiert. Von daher ist dort Kreativität gefragt, wenn man alle Grundrechtsaspekte schützen will, auch im Internet, und jedem gerecht werden möchte, der sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt. Aber Bemühungen der Landesregierung bezüglich der Bekämpfung von Hassreden im Internet waren und sind nicht erkennbar. Es ist daher an der Zeit, dass Hate Speech mit Nachdruck durch den Rechtsstaat bekämpft wird. Die Kompetenz zum Vorgehen etwaiger Angriffe auf die Meinungsfreiheit müssen z. B. gebündelt werden. Unsere Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, es wird geahndet, verfolgt und verurteilt. Das sind die Kernelemente des Rechtsstaats. Sonst vertrauen sie diesem nicht mehr. Was Bürgerinnen und Bürger also erwarten, sind wirkliche Antworten. Lobhudelei, wie in diesen Anträgen. Es mag schön sein, zum Tagesbeginn, es hilft aber in der Sache nicht weiter. Kreativität und vor allen Dingen, das zeigt sich auch in diesem Themenfeld interessanterweise. Es ist ein Themenfeld, das noch viele Politikbereiche berühren wird. Da gehört auch ein Stück weit digitale Kompetenz dazu, wer diese Mechanismen verstehen will. Ich komme wieder an den Anfang. Der einzige Kernbereich, den wir aus der Vergangenheit gut finden, aber es ist leider zu wenig, sich auf der Vergangenheit auszuruhen. Ein wichtiges Fundament für diese Arbeit, für die neuen Herausforderungen an den Rechtsstaat, wurde mit einem wichtigen Fundament, mit der ZIT, im Jahr 2010 angegangen. Es ist ein Baustein da. Aber, werte Kollegen, wir bewegen uns im Jahre 2019. Es ist höchste Zeit für konkrete Lösungsvorschläge. Liebe Kollegen von der Regierungsfraktion, fangen Sie an. Machen Sie kreative, eigene Vorstellungen. Legen Sie doch bitte eigene Fundamente. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. – Das Wort hat Frau Abg. Ferseeltmann, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Guten Morgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Guten Morgen, Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es hilft in der Sache sehr wohl, weiter darüber zu reden. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die kriminelle Energie im Internet nicht unbedingt Tagesthema in unserer Gesellschaft ist. Aber wir sind durchaus gezwungen, uns damit zu beschäftigen. Das tun wir aktiv. Dieser Antrag ist ein deutliches Zeichen dafür. Deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen darüber reden. Frau Abgeordnete, ich hätte dann auch noch die Bitte, dass Sie Social Media und die Dinge, die wir im Darknet und im Internet beobachten können, schon etwas differenzieren. Sie können, wenn Sie unseren Koalitionsvertrag lesen, erstens einmal zu Personal in der Justiz und in der Strafverfolgung etwas lesen, und Sie können ganz speziell zu Hate Speech auch in diesem Koalitionsvertrag etwas lesen. Das würde möglicherweise Ihre Rede etwas beeinflussen. Wir haben aber gemeinsam festgestellt, dass die technischen Möglichkeiten schier grenzenlos im Internet sind. Dem haben wir uns zu stellen. Besonders die Anonymität, die von Kriminellen missbraucht werden, stellen uns vor besondere Herausforderungen. Dabei muss man natürlich auch feststellen, dass das Darknet nicht reines Teufelswerk ist, sondern auch das Schutzgebiet von verfolgten Journalisten, verfolgten Politikern ist. Das gehört auch zu dieser Wahrheit. Deswegen müssen wir die Handelsplattformen in besonderem Auge behalten, die für Betäubungsmittel, Waffen, Kinderpornografie und sonstige illegale Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Dass wir das genau beobachten und dass wir solche Straftaten konsequent bekämpfen. Das gilt im Übrigen nicht nur digital, das gilt auch analog. Dabei darf das Internet weder ein grundrechtsfreier noch ein strafrechtsfreier Raum werden. Eingriffe in Grundrechte durch Sicherheitsgesetze und Einführung neuer Straftatbestände sind immer kritisch zu hinterfragen. Bei Internetplattformen, die nur zum Zweck krimineller Handlungen gegründet und bereitgestellt werden, müssen wir strafrechtlich ganz besonders aufgestellt sein. Das, was uns am meisten berührt, ist der Straftatbestand der Kinderpornografie. Das sind die schutzlosesten Wesen. Gerade den besonders schutzbedürftigen Gegenüber haben wir auch eine besondere Verpflichtung. Es ist immer eine besondere Gratwanderung, einerseits der Strafverfolgung nachzukommen und andererseits die Freiheit im Internet zu gewährleisten. Daher brauchen wir bereichsspezifische und präzise Regelungen, um in dieser ständigen Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit bestehen zu können. Wir haben Erfolge. Sie sind bereits benannt worden. Wall Street market diese Darknet-Plattform, die Kinderpornografie Elysium, die Identifizierung von einem Waffenhändler. Diese kriminelle Entwicklung im Internet muss uns Sorge bereiten. Daraus entsteht dieser Handlungsbedarf. Mit dem ZIT haben wir eine Einheit, die genau daran arbeitet und große Beachtungen bundesweit erfahren hat. Aber damit allein ist es nicht getan. Die Bundesratsinitiative zum § 126a zeigt, dass sich die Länder über die Aufgabenstellung einig sind. Mit der Schaffung eines neuen Straftatbestandes wird Waffenhandel, Drogenhandel, Pornografie und vieles andere benannt. Die Spezialisten im ZIT haben eine schwere Arbeit. Das sollte hier auch noch einmal erwähnt werden. Sich das alles ansehen zu müssen, das muss auch gesagt werden. Gerade beim Cyber-Grooming, also bei der illegalen Kontaktaufnahme und deren Beobachtung bzw. eingreifen, sollten wir höchste Anerkennung aussprechen an die Personen, die sich das Elend Tag für Tag ansehen müssen. Das ist der Arbeitsmittelpunkt ihres Tagesgeschäfts. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Um es ganz einfach und jetzt zum Schluss zu sagen, weil ich heute ein bisschen Zeit einsparen will, und jetzt zum Schluss zu sagen, für diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, stellen Sie sich einfach vor, es gibt einen Raum, den Sie nicht betreten können. Genau darum geht es, zu gewährleisten, dass das Internet ein freier und Raum bleibt, aber kein rechtsfreier Raum wird. – Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Pastor Heldmann. – Jetzt hat das Wort der Kollege Gerald Kummer, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Nachtigall, ich höre dir trabsten. Damit möchte ich beginnen. Kurz vor der Europawahl greifen CDU und GRÜNE das Thema Internetkriminalität auf. Ich möchte den Bogen durchaus etwas weiter spannen. Dabei wäre es, denke ich, doch ein Leichtes, vor der Wahl Pluspunkte zu sammeln. Wie wäre es mit einer echten Abhilfe für die hessischen Justiz- und Polizeibeamten? Wie wäre es, wenn man die Personalausstattung der hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, also kurz ZIT, als Vorbild für alle sonstigen Justizbereiche heranziehen würde und überall für gleichwertige, gut ausgestattete Bedingungen sorgen würde? Stattdessen hat Schwarz-Grün, wie so oft, nicht Verbesserungen, sondern immer wieder das Eigenlob im Blick. Oder wie der Schriftsteller und Journalist Manfred Hinrich einmal gesagt hat, frisch ans Blendwerk, röhrefrei für die Werbung. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder der Hinweis auf das angebliche Justizaufbauprogramm und den angeblichen Personalaufwuchs. Dazu möchte ich heute Morgen gern drei Dinge sagen. Erstens. Appell an die Regierungskoalition. Verlassen Sie endlich Ihren politischen Elfenbeinturm und reden Sie mit den Beschäftigten vor Ort. Verschließen Sie nicht länger die Augen vor der Realität. Geben Sie endlich zu, dass Gerichte, Staatsanwaltschaften und Polizei unter chronischer Personalnot leiden. Zweitens. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich möchte gerne von Ihnen eine ganz einfache Information. Wie viele Stellen wurden in der Justiz im Verlauf des Personalabbaus seit der Aktion Düstere Zukunft 2003 gestrichen? Welchen Saldo haben wir heute aktuell? Das heißt, gestehen Sie ein, dass die Personalausstattung heute immer noch schlechter ist als zu Beginn des Personalabbauprogramms 2004. Drittens. Die behauptete Stärkung der Justiz im Nachtragshaushalt 2019 ist doch wirklich keine Stärkung, weil mehr Personal doch eine Aufgabenmehrung gegenübersteht und auf Aufgabenmehrung zurückzuführen ist. Wir werden im Verlauf dieser Plenartage das Thema Fixierungen noch miteinander zu diskutieren haben. Da sehen Sie doch, dass es nur dazu führt, dass mehr Aufgaben auch mehr Personal erfordern. Das bedeutet doch keine Stärkung der Justiz. Damit werden doch keine Defizite abgebaut. Das verhindert doch lediglich eine weitere Verschlechterung. Auf keinen Fall ist es aber eine Verbesserung des bisherigen, wie ich sagen will, miserablen Zustands. Kolleginnen und Kollegen, ohne Frage. Wir teilen die Anerkennung für die Ermittlungserfolge der hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Wir teilen die. Ja, wir erkennen das auch an. Hier zeigt sich nämlich eindeutig, dass eine personell und technisch gut ausgestattete und damit auch schlagkräftige Justiz, in diesem Fall eben die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Erfolge vorweisen kann. Für sich betrachtet ergibt der Absatz 3 Ihres Antrags also durchaus einen Sinn. Bettet man die vermeintlichen Erfolgsmeldungen in den Kontext allerdings der desolaten Personalausstattung aller anderen Bereiche der Polizei und der Justiz ein, so lesen sich Ihre Worte, wie ich meine, hohen für all diejenigen, die eben nicht Teil ihres Sitzes sind. Wie müssen sich denn die Mitarbeitenden der Polizei und der Justiz fühlen, die fast 3 Millionen Überstunden vor sich her schieben oder mit der Arbeit nicht hinterherkommen und nun diesen Beweihräucherungsantrag, die Kollegin hat es eben auch schon gesagt, von der FDP ertragen müssen. Meine Damen und Herren an die Regierungskoalition, ich finde, Sie entlarven damit Ihre eigene verfehlte Personalentwicklung. Sie tun das nicht erst seit der Regierungsübernahme, sondern Sie tun das auch aktuell jetzt wieder. Ich möchte gerne ein Beispiel aufzeigen. Da gab es ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verfasser von Hassmails, nämlich an den Vorsitzenden des Ausländerbeirats der Stadt Fulda. Da gab es ein Ermittlungsverfahren wegen Hassmails, die er erhalten hat. Die Staatsanwaltschaft hat schon nach wenigen Wochen dieses Verfahren mit der Begründung eingestellt. Vielleicht sollte die Justizministerin mir zuhören, weil ich denke, das ist interessant. Das Verfahren mit der Begründung, die Staatsanwaltschaft könnte die Klarnamen der Mailschreiber nicht ermitteln. Sie ließen sich nicht ermitteln. Allerdings, Kolleginnen und Kollegen, der Hessische Rundfunk hat recherchiert, nicht die Staatsanwaltschaft. Siehe da, der hr-Journalist identifizierte den Verfasser der Hassmails ohne größeren Aufwand, kontaktierte ihn sogar, und er fragte seinen Wohnort. Wie kann es sein, dass eine journalistische Recherche das leisten muss, was die Justiz offenkundig, weil ihr das Personal fehlt, nicht zu leisten imstande ist? Ich bin sehr gespannt auf die noch ausstehende Antwort, Herr Ministerin, auf meine Kleine Anfrage. So viel allerdings scheint klar. Die Bekämpfung von Internetkriminalität ist der Landesregierung nur dann wirklich etwas wert, wenn sie sich entsprechend vermarkten lässt, so wie heute mit diesem Antrag. Sie lenken damit allerdings von jenen Problemen ab, die Sie nicht lösen wollen oder nicht können. Abseits Ihres Leusturms ZIT fehlt es an allen Ecken und Enden an Personal, an Ausstattung und auch außerhalb von Sonntagsreden gelebtem Respekt für die Bediensteten ein großer Wurf für eine zeitgemäß ausgestattete, schlagkräftige Justiz, wie die SPD ihn seit Jahren fordert. Er ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, lange überfällig. An die Kolleginnen und Kollegen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sie reden selbst unter Punkt 2 Ihres Antrags von Vertrauen in den Rechtsstaat. Mein Appell an Sie, nehmen Sie doch endlich die alarmierenden Zahlen des Pepsi-Berichts zu Herzen. Sorgen Sie dafür, dass der Rechtsstaat auch endlich wieder das Vertrauen genießen kann, das er verdient hätte. Sie begrüßen in Ihrem Antrag weiter die sogenannte Initiative für eine Strafbarkeit des sogenannten digitalen Hausfriedensbruchs. Kolleginnen und Kollegen, letzteres hat sich nun Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU zu eigen gemacht und in sein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 eingebettet. Doch bevor Sie sich über die berechtigten Mahnungen und Warnungen aus dem SPD-geführten Justizministerium auf Bundesebene zum Gesetzentwurf ereifern, Kolleginnen und Kollegen, an die Koalition gerichtet, schlage ich vor, ja, es war so ein Versprecher, ich bitte mich um Entschuldigung. Es kann passieren, wenn man hier am Rednerpult steht. Ich schlage vor, bevor Sie sich ereifern, Frau Ministerin, dass Sie sich erst einmal an die eigene Nase fassen. Statt gesetzgeberischem Aktionismus wäre es angezeigt, endlich das Personal zu haben, um die bestehenden Gesetze, um die Gesetze, die wir haben, ordentlich umsetzen zu können. Das möchte ich an dieser Stelle gerne auch betonen. Sie können im Übrigen die strafbaren Handlungen auch im Internet längst abdecken. Darüber sind sich die Experten alle einig. Ich wollte an dieser Stelle gerne noch ein Zitat bringen einer Fraktion im Deutschen Bundestag. Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die, wie ich meine, zu diesem Gesetzentwurf von Horst Seehofer einen sehr guten Beitrag geliefert haben, im Hinblick auf die Überwachung der privaten Kommunikation und dessen, was ein Staat tun sollte oder nicht tun sollte. Leider fehlt mir dazu die Zeit. Aber ich bitte insbesondere unsere GRÜNEN, Kolleginnen und Kollegen, sich vielleicht einmal mit dieser Rede im Näheren auseinanderzufassen. Es geht darum um das Thema Hackbacks, die ein wesentlicher Bestandteil des besagten IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 des Regierungsentwurfs von Horst Seehofer sein sollen und um die Meinung der GRÜNEN zu diesem Thema. Das war eine klare Aussage. Sie lehnen dies rundherum ab. Ich empfehle Ihnen, sich wirklich fies zu eigen zu machen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, am Ende noch ein Punkt zum Schluss, der, wie ich finde, bisher viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Wie sieht es tatsächlich aus im Bereich der Internetkriminalität, möchte ich einmal fragen, mit dem großen Feld der unbekannt bleibenden Straftaten? Wie sieht es mit dem Feld der unbekannt werdenden Straftaten aus? Wie groß ist denn die Dunkelziffer der nicht bekannt werdenden Straftaten, nicht nur im Bereich der Internetkriminalität, sondern auch darüber hinaus? Warum verschließen Sie sich nachhaltig einer dringend notwendigen Dunkelfeldstudie? Wir fordern dies schon lange. Nur so ließe sich ein klares und wahres Bild der Kriminalitätslage auch im Internet erhalten. Ich verstehe nicht, warum Sie dieses klare Bild nicht kennen oder nicht wissen wollen. Das sollten Sie erklären. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.